Dein Kataknismus kann dich nicht retten. Wir müssen uns beeilen. Glücksbringer! Okay, ich hab einen Plan. Hör zu. Sobald du ihn berührst, rufe ich meine Kraft herbei und wer weiß, was dann mit dir passiert. Wir müssen ihn uns nicht nehmen. Ich verwandle dich in meinen Diener und befehle dir, mir zu geben. Gib ihm, was Sie wollen. Jetzt! Illusion! Keknoa! Nein! Marius! Schnapp sie! Nein! Nehmt euch erst ein Irraculus! Kommt zurück! Danke, Miladies. Um Schnurhaaresbreite hätte es eine Katzastrophe gegeben. Dafür sind Freunde doch da, Mietzekatze. Okay, ihr beide macht euch jetzt auf den Weg zum Pool. Was ist mit dir? Ich beschäftige unsere Gäste. Rina Rusch erklärt dir den Rest des Plans. Schnappt, Ladybug! Holt euch ihr Miraculous! Ihr kümmert euch um sie und ich mich um Marinette. Du bist dran, Prinzess! Du verrätst mir jetzt dein Geheimnis, Marinette! Gleich wirst du einfach alles machen, was wir von dir verlangen, Ladybug. Und als erstes gibst du uns auf der Stelle dein Miraculous. Endlich! Du kannst nirgendwo hin! Illusion, verschwinde! Kataklysmus! Danke, Ladybug. Das Senti-Monster verwandelt jeden mit seinen lilafarbenen Wellen. Wird nicht leicht, die echte Reflektor zu finden, wenn alle so aussehen wie sie. Wenn ich meinen Wettkampf-Schwimmanzug getragen hätte, wäre ich schneller gewesen. Ich hätte Ivans Hand nicht loslassen dürfen. Alle sehen gleich aus, aber sie haben noch ihre Stimmen. Ich kann nicht mal meinem besten Freund helfen, sich gegen seinen Vater zu wehren. Oh, Nino. Das ist alles unsere Schuld. Wenn wir es geschafft hätten, Shadow Moth aufzuhalten, wären die Schüler nicht gefangen. Oh nein, das darf nicht passieren. Nicht jetzt! Kataklysmus! Kat-Noir! Nein! Wenn wir uns in Reflektor verwandeln und erstarren, kann sich Shadow Moth einfach unsere Miraculous holen. Wir sollten ihm unsere Miraculous geben. Du hast recht, Mieze Katze. Wie konnte ich nur glauben, dass wir beide allein es mit so einem mächtigen Senti-Monster aufnehmen könnten. Ladybug, Kat-Noir! Ihr seid echt die Allerbesten! Ich wusste, ihr würdet uns retten. Tut mir leid, dass ihr kommen müsstet. Das ist alles meine Schuld. Ich bin keine gute Freundin. Ich hätte Junika mein Geheimnis nicht sagen dürfen. Nein, so darf ich nicht denken. Ich bin froh, dass ich es getan habe. Es hat uns näher gebracht und stärker gemacht. Natürlich! Sie bekämpft die negativen Gedanken mit ihren positiven. So verhindert sie es, in Reflektor verwandelt zu werden. Wir müssen das auch machen. Kat-Noir, du schaffst das. Du musst positiv denken. Es gibt keinen besseren Partner als dich. Ladybug, meinst du das wirklich ernst? Ja, wahrscheinlich sage ich es dir nicht oft genug, aber ohne dich würde ich das nicht schaffen. Und es wäre auch nicht annähernd so lustig. Das hast du miausgesprochen schön gesagt. Und du bist natürlich auch schnurtastisch, Milady. Wieder ganz der alte Mietekatze. Du denkst tatsächlich, dass wir hier wieder rauskommen, oder? Aber sicher. Vergiss nicht, ich habe noch meinen Glücksbringer! Oh ja, ein Eispickel, natürlich. Ein Eispickel um... Äh... Du weißt nicht, wofür der ist? Doch, natürlich. Ich will dich nur überraschen. Ich könnte meinen Kataklysmus einsetzen. Aber ein Sentimons dazu zerstören, während man in ihm drin ist, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, oder? Nein, ist es nicht. Ach, die ganze Negativität bringt mich durcheinander. Los, Ladybug! Los, Kat Noir! Ihr seid die Besten! Ich glaube an euch! Ihr werdet meine Freundin Junika retten! Ja, aber dafür brauchen wir mehr Positivität. Oh, ich weiß genau, wer uns helfen kann. Rose Lavillon, hier ist das Schwein im Miraculous, das einem die Kraft des Jubels verleiht. Setze es fürs Allgemeinwohl ein. Wow, es ist... wunderschön! Ah, du bist so süß! Wie heißt du denn? Ich heiße Daisy und ich bin dein Kwami. Sie verleihen einem die Kräfte. Du musst einfach Folgendes sagen. Daisy, verwandle mich! Daisy, verwandle mich! Kat Noir, darf ich vorstellen? Ähm... Pickeller! Wow, du hast eine Lösung gefunden, Milady. Ich hab doch gesagt, denk positiv. Bin gespannt, was unsere neue Freundin drauf hat. Gut, legen wir los! Mh, das riecht alles fantastisch, Madame Césaire. Marinette, bitte nenn mich mal Lena. Ich würde gern wissen, wie dir mein Colombo schmeckt, okay? Hi, Tricks! Ah ja, niemand darf von Tricks wissen. Es ist ein Geheimnis. Ehrlich? Und wieso ist es so ein Geheimnis? Ladybug? Äh, Ladybug? Wieso nennst du mich Ladybug? Ich bin nicht Ladybug, ich bin Marinette, ein normales Mädchen mit einem normalen Leben. Oh, Marinette, jeder weiß, dass du Ladybug bist. Du hältst uns immer einen Vortrag, bla bla bla. Deine Wahrheit, deine Identität, geheim, bla bla bla, sonst kriegst du kein Miraculous. Ich wäre eine viel bessere Ladybug. Als Hüterin bist du auch lächerlich, äußerst lächerlich. Alja, was macht sie hier bei dir zu Hause? Hm. Ah, danke fürs Kommen, Shadow Moth. Ich danke dir dafür, dass du Ladybugs Identität enthüllt hast, Alja. Dank dir gehört die Miraculous-Chatelle endlich mir. Alja, das ist unmöglich! Tiki, verwandle mich! Tiki, du hättest Alja nicht vertrauen dürfen, Marinette. Sie ist positiv, Milady. Da wir nun keine Geheimnisse mehr haben, können wir heiraten. Das ist ein Albtraum. Wenn du möchtest, dass er aufhört, musst du mir einfach nur dein Miraculous geben. Hättest du mich bloß nicht bei Alja gelassen? Tiki, ich hätte Trixx niemals bei Alja gelassen dürfen. Wovon redest du denn da, Marinette? Ich hatte einen Albtraum, er war furchtbar. Alja hat allen alles erzählt und Shadow Moth hatte die Miraculous-Chatelle. Das war nur ein Albtraum. Das würde nie wirklich passieren. Alja ist eine loyale Freundin. Alja schon, aber ihr Kwami Trixx stellt immer Unsinn an, wenn er frei herumfliegt. Naja, die Loch Ness-Monster-Illusion war schon lustig, oder? Psst! Wieso habe ich das nur gemacht? Ich kann kein Miraculous bei Alja lassen. Marinette, warte! Marinette, es ist schon fast Mittag und du trägst noch meinen Schlafanzug. Ich weiß, ich muss nur ganz schnell zu Alja und was wiederholen. Wo ist das Ding nur hin? Komm schon, Nora. Wenn ich ihn finde, erlebt er meinen Roundhouse-Kick. Wer als erster das haarige Tierchen findet, darf's behalten. Ja! Ich glaub's einfach nicht. Es ist, als käme dieses kleine Monster durch Wände. Sie alle wissen es, du. Du hast es ihm gesagt. Das musste ich. Schließlich habe ich ihn verloren. Stell dir vor, ihm läuft jemand über den Weg oder er flieht von hier. Du hast ihn verloren? Ja, und? Jeder verliert ab und zu mal was. Du kannst mir gerne suchen helfen. Bleib zum Essen, Marinette. Ich würde gern wissen, wie dir mein Colombo schmeckt, okay? Tata-Tata-Tarante! Alle können aufhören zu suchen. Marinette hat Hannibal gefunden. Seine Beine sind anscheinend wieder geheilt. Morgen geht's zurück in den Zoo, Kumpel. Kann ich jetzt wieder rauskommen? Du Fliegengewicht. Käppi hatte vor der klitzekleinen Spinde genauso viel Angst wie du, Baguette. Nein, ich hatte keine Angst. Ich war nur im Bad, um nachzusehen, ob Hannibal in die Toilette gefallen ist. Äh, wieso bist du im Schlafanzug hier? Süßer Look, Marinette. Also, bist du aus irgendeinem besonderen Grund hier? Oh, äh, nein, es gibt keinen besonderen Grund. Vor allem nicht, nachdem ihr die Tarantik gefunden habt. Ich bin so erleichtert, dass es nicht etwas anderes war, das du verloren hast. Ah, ich weiß schon, wovon du da redest. Nur damit das klar ist, wenn mir jemand etwas anvertraut, verliere ich es nicht. Was du nicht sagst. Du bist die, die Hannibal verloren hat. Können wir kurz reden? Entschuldige, Nino. Das geht nur Marinette und mich was an. Ah! Ich schwöre, es war so lebensecht. Es war nur ein Alptau, Marinette. Jeder wusste, ich bin... Du weißt schon, wer... Ah! Entspann dich, alles ist gut. Tanken wir neue Kraft, bevor wir uns um die Sentimonster kümmern? Rizk wurde zwar besiegt, aber Ladybug muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Und ich bin schon gespannt zu sehen, welchen... Der Kampf ist noch nicht vorbei, Strikeback! Verwandle mich zurück! Danke nochmal, Adrien, ich bring dich zurück zum Zug. Ich will nicht wieder in den Zug steigen. Ich will hierbleiben und mit dir kämpfen. Was ist mit deiner Reise? Willst du deinem Vater die Meinung sagen? Ja. Du hast mir den Mut gegeben, den ich brauchte, Ladybug. Ich hab das Gefühl, mich hält nichts mehr auf. Darf ich vorstellen, Leute? Flair Middable, der neue Besitzer des Hunde Miraculous. Oh, Cat Noir. Miraculous des Hundes, Miraculous der Katze. Witzig, oder? Zum Todlachen. Es freut mich, Cat Noir. Na los, schüttelt euch die Pfote. Ich wusste, ihr zwei würdet euch verstehen. Das ist die Magie der Miraculous. Sogar Hund und Katze sind friedlich zusammen. Ihr werdet ab jetzt viel Zeit miteinander verbringen, denn er gehört jetzt zum Team. Wie immer. Bereit, Miraculous-Team? Wir können sie nicht angreifen. Also stellen wir ihn einer Falle, ohne unnötige Risiken. Roosterbolt, du kannst deine Kraft wählen. Verleih dir die Macht, Dinge zu vervielfachen. Wir brauchen mehr Sonnenbrillen. Sublimation. Als nächstes locken wir alle Senti-Monster an denselben Ort. Carapace, du verhinderst mit einem Schild, dass sie fliehen können. Dann verwandle ich mich in Pegabug und öffne ein Portal, in das die Senti-Monster reinfallen. Ein Portal? Wohin? Dahin, wo sie nie wieder jemandem wehtun können. Showtime, Leute! Schatzschild! Es tut mir leid. Miraculous Ladybug! Schatzschild!